So benutzen Sie das Keramikmalwerk und die Kaffeebohnenbehälter Ihre Siemens EQ9+. Das Topmodell der Siemens EQ-Serie, die EQ9+, hat zwei getrennte Kaffeebohnenbehälter und Keramikmalwerke. So haben Sie die Möglichkeit, zwei verschiedene Kaffeesorten zu verwenden, ohne jedes Mal die Bohnen wechseln zu müssen. Wechseln Sie mit einem Knopfdruck zwischen den Behältern, speichern Sie Ihre Auswahl für jedes Ihrer Lieblingsgetränke. Den Mahlgrad einzustellen ist einfach. Das Mahlwerk muss laufen, wenn eine Einstellung vorgenommen wird. Drehen Sie nach rechts für einen gröberen und nach links für einen feineren Mahlgrad. Jeder Kaffeebohnenbehälter kann separat eingestellt werden. Manchmal möchten Sie bereits gemahlenen Kaffee verwenden, zum Beispiel wenn Sie einen Gast haben, der entkoffeinierten Kaffee bevorzugt. Füllen Sie maximal zwei Löffel Kaffeepulver in das Fach im rechten Bohnenbehälter. Drücken Sie den Kaffeestärke-Knopf und wählen Sie Kaffeepulver. Die Siemens ECO 9 Plus bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für individuellen Kaffeegenuss. Siemens – Die Zukunft zieht ein Schmerz-Knopf Und wir fahren Sie einen der Tag Sprache-Knopf. Die Siemens ECO 10 Plus wert ist auch ein Die Industrie des Kaffeeber loszuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzuzu fühlen Sie uns eluhen Sie eine große Oblast schnellerunzeuze schμ Lösung und